Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir. Das hier ist ein christlicher Kanal und wenn du möchtest, dann lade ich dich ein, zu Beginn dieses neuen Jahres dir selbst eine provokative Frage zu stellen. Nämlich, sind du und ich eigentlich christlich? Wissen wir eigentlich noch, was das ausmacht? Und hat Jesus dazu was zu sagen? Um Nachfolge zu verstehen, mach dich Hashtag Bibelfit. Ich bin Markus Voss und hier machen wir drei Dinge. Wir versuchen, tiefer in die Bibel einzusteigen. Wir überlegen, wie du und ich Jesus im modernen Alltag nachfolgen können und wir beantworten taffe Fragen, die die Gesellschaft uns Christen stellt. Zu all dem gibt es dutzende kostenfreie Tools. Es gibt Hörbücher, Online-Kurse, Tageschallenges und praktische Alltagsgegenstände, die du dir auf der Website gratis mitnehmen kannst. Zur Transparent, finanziert wird all das hier durch kleine monatliche Spenden von Menschen wie dir und mir aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das ist sehr hilfreich, weil dieses Projekt hier langsam Fahrt aufnimmt. Und damit willkommen zur neuen Videoreihe über die sieben Sendschreiben der Offenbarung, wo wir uns in sieben Videos die sieben Sendschreiben der Offenbarung angucken. Jeden Freitagnachmittag eins. Dabei erkläre ich jedes Sendschreiben am Urtext so bibeltreu wie möglich und was du und ich daraus lernen können und praktisch umsetzen für unser Glaubensleben als Christen. Zum Hintergrund. Das finale und letzte Buch der Bibel ist die sogenannte Offenbarung. Die Offenbarung besteht aus zwei großen Teilen. Kapitel 1 bis 3 mit der Einleitung der Charakterisierung und diesen Sendschreiben und Kapitel 4 bis 22, die enthalten Prophezeiungen, die viel Bibelkenntnis voraussetzen. In ihnen geht es um die Zukunft, die letzten Jahre menschlicher Zivilisation, ein kommendes Friedensreich und das jüngste Gericht mit der Hölle und die Ewigkeit. Die Sendschreiben, das sind sieben kurze, prägnante Briefe, die der auferstandene Jesus diktiert. Sie sollen an christliche Gemeinden in der heutigen Türkei geschickt werden, von den beiden Metropolen Ephesus und Pergamon bis hin zu den Nebenstädten. Fast jedes dieser Sendschreiben enthält, dass Jesus die jeweilige Gemeinde für etwas lobt, für etwas kritisiert und ihnen eine Aufgabe gibt. Es spricht historisch jetzt einiges dafür, dass diese Sendschreiben als tatsächliche Briefe an die Leiter der sieben Gemeinden übergeben und dort öffentlich verlesen wurden. Aber spannender ist, dass diese sieben Sendschreiben schnell und weit außerhalb der ursprünglichen sieben Gemeinden verteilt, regelmäßig gelesen und weiterverbreitet wurden. Das heißt, zusammen mit dem allgemeinen, tiefgründigen Charakter der Offenbarung legt das nahe, dass es unter der Oberfläche um einiges mehr geht, als nur um Arbeitszeugnisse für türkische Frühkirchen. Im Laufe der Jahrhunderte gab es jetzt zahlreiche wertvolle und gute Auslegungen dieser Sendschreiben. Und auch wenn Details auseinander gehen, klar, sind viele kundige Exegeten sich darin einig, dass hier sieben verschiedene Gemeindementalitäten beschrieben werden. Vereinfacht gesagt, sieben Arten von Menschen, die sich selbst als Christen bezeichnen. Das heißt, Jesus hält uns beiden damit, mit unseren augenblicklichen Stärken, unseren Schwächen und woran wir einfach arbeiten sollten, einen immens wertvollen Spiegel vor, der dich und mich wachrütteln soll. Und insgesamt nimmt die Offenbarung kein Blatt vor den Mund. Und deshalb wollen du und ich uns beide beim Lesen und beim Hören von diesen sieben Sendschreiben ganz selbstkritisch fragen, was findet Jesus an deinem Glaubensleben gut? Wo aber ist deine Beziehung zu Gott irgendwie angreifbar? Und worauf kannst du in diesen Wochen besonders den Fokus legen? Die Frage, die sich dir stellt, ist also, was für ein Sendschreiben-Typ bist du? Bevor wir starten, kannst du ganz kurz der Community hier mithelfen, dass solche christlichen Inhalte in sozialen Medien nicht verborgen werden. Bist du gerade auf Insta, dann doppeltipp doch mal rasch auf dein Handy. Und auf YouTube kannst du das Video gerne liken, aber indem du diese Glocke unter diesem Video drückst, kriegt YouTube ein Signal und zeigt auch nicht-christlichen Nutzern mehr christliche Inhalte an, die sie ansprechen können. Ist stark, oder? Deswegen lass uns die Glocke gerne nutzen, solange wir können. Vielen Dank. Und damit sind wir beim heutigen, letzten und finalen Sendschreiben an Laodicea. Laodicea ist die enttäuschendste Gemeinde von allen, weil, um das gleich vorwegzunehmen, das sind nämlich gar keine Christen. Ein kurzer historischer Hintergrund, um das für dich anschaulicher zu machen. Du hast Laodicea vielleicht schon mal in der Bibel gehört. Du kennst das vielleicht aus dem Neuen Testament im Kolosserbrief, wo der Autor des Kolosserbriefs, der wahrscheinlich Paulus ist, über die christliche Minderheit im Laodicea schreibt, Zitat, ihr sollt wissen, wie sehr ich um euch und um die Geschwister in Laodicea kämpfe, also gemeint ist geistlicher Kampf, Argumentation und ähnliches, und um viele andere, die mich noch nicht persönlich gesehen haben. Und dann später grüßt er den Hauskreis von Laodicea am Schluss des Kolosserbriefs. Was wissen wir über Laodicea? Also die Sache ist die, Laodicea macht politisch jetzt nicht viel her. Das ist nicht Ephesus oder Pergamon oder so. Aber der Punkt ist, Laodicea ist extrem, unglaublich wohlhabend. Du kennst das vielleicht in Deutschland von bestimmten Städten oder Gemeinden, die politisch jetzt nicht den großen Einfluss haben oder so. Die sind jetzt nicht Bonn oder Berlin, aber die einfach einen unglaublichen Reichtum dort haben, der sich dort befindet. Zum Beispiel in Deutschland im Main-Taunus-Kreis oder in Baden-Baden oder am Sternberger See. In Österreich kennst du das an Stanzach oder in Pfaffing. Oder in der Schweiz bei unseren eidgenössischen Zuschauern kennst du das in Zug oder in Schwitz. Das heißt, in Laodicea gab es Arbeit, es gab Unternehmen, es gab Bildung, es war absolute Boomstadt. Gleichzeitig ist es so, jetzt kommt, was kommen muss und es tut mir leid, es ist wirklich so ein Muster in den Sendschreiben, dass die Stadt Laodicea von einem Erdbeben zerstört wurde im Jahr 60. So, dann gibt es ein finanzielles Rettungspaket, das aus Rom geschickt wird. Und dieses Paket, ja, wird diese finanzielle Transaktion sozusagen, so eine Finanzspritze zum Aufbau, die wird abgelehnt. Die wird abgelehnt von den Bewohnern von Laodicea. Nochmal, das ist etwas, was die Bewohner von Smyrna, die ja sowas ähnliches bekommen haben, die das niemals gemacht hätten, ja. Das heißt, die Bewohner von Laodicea, die haben einfach die Stadt aus ihren eigenen privaten Mitteln, die hatten so viel Cash auf der hohen Kante, die haben das einfach, ja, einfach aus eigenem Ersparten haben die die ganze Stadt wieder aufgebaut. Die Stadt, ja. Wir heute, wir können uns ja noch nicht mal eine Eigentumswohnung leisten, weil die Mieten so teuer sind und weil das überhaupt von den Löhnen nicht hinhaut. Und die haben einfach mal eine Stadt aus der Portokasse bezahlt. Krass. Es gibt ein paar Quellen, die ungefähr acht Kilometer südlich von dort sind, aus der Stadt Hierapolis und die warmes, verkalktes, aber warmes Thermalwasser dorthin bringen durch ein unterirdisches Aquädukt. Aber wenn es ankommt, ist es ein bisschen lauwarm und weil es so verkalkt ist, ist es eigentlich nicht zum Trinken gedacht. Es ist eher so für, ja, für Dinge des täglichen Gebrauchs, für Baden oder für Spülung, für Reinigung und so weiter und so fort. Außerdem gibt es dort eine medizinische Fakultät und eine berühmte Augenklinik, ja. Wie zum Beispiel es heute in der Stadt Potsdam berühmte Augenkliniken gibt, gibt es dort damals in Laodicea berühmte Kliniken, wo man hingehen kann, Privatkliniken, wenn man Probleme mit seinen Augen hat. Teilweise ist das auch so aufgrund von natürlich vorkommenden Mineralien, die besonders hilfreich ermöglichen die Produktion von bestimmten Augensalben, die man benutzen kann, geben bestimmte Erkrankungen. Das ist praktisch. Archäologen haben sogar im Laufe der Zeit dort drei frühchristliche Gemeinden gefunden, also irgendeine Art von Verbreitung scheint es dort zu geben. Und, nur so ein kleiner Fakt am Rande, der berühmte Philosoph Cicero hat dort einmal gearbeitet. Wofür wird die Gemeinde in Laodicea gelobt? Naja, das ist das Ding. Die Gemeinde in Laodicea wird nicht gelobt. Lob gibt es keins. Ja, das ist das einzige Sendschreiben, das einzige der sieben Sendschreiben, wo die Gemeinde nicht gelobt wird. Und das ist was, was dir beim Lesen sofort ins Auge springt. Bevor wir zu dem kommen, was Jesus diesen Christen mit großem Nachdruck rät, um bei all dem den Überblick zu behalten und tiefer einzusteigen, kannst du dir sehr gern diese schöne Übersicht über die sieben Sendschreiben der Offenbarung gratis mitnehmen. Da findest du eine kurze, einfache Erklärung der Offenbarung und eine Übersicht über alle sieben Sendschreiben. Das kannst du gern für deinen Hauskreis mitnehmen, für Jugendstunden, Katechismus, Konfirmanden und Religionsunterricht. Dank der Hilfe aller Menschen, die hier mitspenden, vielen Dank, konnte ich diese Übersicht erstellen und kann sie jetzt öffentlich und vor allem kostenfrei verschenken. Also nimmst du gern mit über den Link unter diesem Video, solange es geht. Und damit kommen wir zur Kritik. Was kritisiert denn jetzt Jesus Christus an den Christen in Laodicea, wenn es überhaupt Christen sind? Weil das Ding ist, die Gemeinde in Laodicea ist sowas wie die absolute zehnfache Steigerung der Gemeinde von Sardis, die wir vor zwei Wochen hatten. Weißt du, ich will mal kurz ein paar, mal ganz, ganz tief in eine Schublade greifen mit Vorurteilen. Ich will mal das bewusst negative Klischee bedienen, was es gegenüber manchen Mega-Churches gibt. Ich persönlich habe keine Erfahrungen damit. Meine Verlobte hat gute Erfahrungen. Kann ich jetzt nicht zu sagen. Mega-Churches sind sozusagen ganz große christliche Gemeinden, die teilweise mehr als 10.000, mehr als 20.000 Mitglieder haben, die auf verschiedene Gemeinden aufgeteilt sind, sozusagen Satellitengemeinden und wo es Gottesdienste gibt mit mehreren tausend Teilnehmern und teilweise sehr bekannten Pastoren. Das Klischee, das negative Vorurteil, und wie gesagt, ich kann das nicht einschätzen. Ich gebe es aus zweiter Hand weiter. Das negative Vorurteil, was du manchmal findest, was manche von euch geschrieben haben, ist, dass manche Mega-Churches in der Gefahr stehen würden, ich gehe zum Konjunktiv weiter, dass sie in so eine Art Marketingmaschinerie reinfallen würden, aber dahinter nicht so viel steckt. Das heißt, die Frage, die ihr mal wieder gestellt habt, ist, gibt es in Mega-Churches wirklich die Lehre Jesu von der Buße, von der Reue, von der Umkehr, von der Rechtfertigung, von der Heiligung? Gibt es das wirklich? Ist das wirklich da, dass man sich nur an Jesus Christus festklammert für den Tag des jüngsten Gerichts? Oder kann es sein, habt ihr gefragt? Und ich nochmal, ich kann es nicht einschätzen, dass es manche Menschen gibt, die in Mega-Churches sind, die die Events irgendwie cool finden, so ein großer Gottesdienst und Licht und Musik und so weiter und so fort, die den Christian Lifestyle, wie man so christlich lebt, gerade sozusagen in jungen Jahren, dass das irgendwie eine Anziehungskraft hat. Aber unter Umständen ist da gar nicht so viel Engagement da, unter Umständen ist da gar nicht, ja, ist da auch gar keine Lehre dahinter, da ist kein Bibelstudium, da ist gar keine ausgefüllte Nachfolge im Privatleben dabei, sondern dass es so ein Selbstzweck ist. Da geht es gar nicht darum, die Bibel zu studieren. Und es ist leicht, auf andere zu zeigen. Deswegen dachte ich mir, lassen wir die Mega-Churches mal beiseite. Fangen wir doch einfach mal, liebe Leute auch, die nach Mega-Churches gefragt haben, fangen wir doch einfach mal bei dir und mir an. Weißt du, mal angenommen, du wärst jetzt ein tiefgläubiger, orthodoxer Jude, ja, und das wäre dir heilig. Und du würdest es als deine Verantwortung gegenüber deiner Familie und deine Verpflichtung vor Gott sehen, ja, deinen Glauben ernst zu nehmen und dich reinzuhalten und so zu leben. Dann würde ich halt irgendwie ankommen, weißt du, Westeuropäer, ich würde nie in der Tora lesen, nie im Talmud lesen, ich würde den Sabbat nicht halten, ich wäre verlobt mit einer Nicht-Jüdin und am besten würde ich noch jeden Tag eine Rostbratwurst vom Schwein mampfen, ja. Und dann würde ich auch behaupten, dass ich auch orthodoxer Jude wäre und ich würde von dir verlangen, dass du mich gefälligst so behandeln solltest, als wäre ich orthodoxer Jude und dass du mich auch vor anderen einen orthodoxen Juden nennst. Das verlange ich von dir und das fordere ich von dir ein. Wenn das so wäre, dann wäre das vollkommen daneben und auch maßlos respektlos. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und ich gehöre nicht einer Religion an, nur indem ich es behaupte oder mich selbst so bezeichne. Was hat das jetzt mit dir und mir als Christen zu tun? Naja, zur Klarstellung, weißt du, das Wort Kirche, das kann mehreres heißen. Einerseits kann das eine sichtbare Institution sein, ja, die Kirche, klar. Aber andererseits kann das Wort Kirche auch meinen die unsichtbare Gemeinschaft von Christen. Warum spielt das eine Rolle? Naja, einmal, weil lange nicht alle Christen in der Institution Kirche sind. Es gibt eine Menge Christen, die zahlen keine Kirchensteuer, sind nicht bei großen Kirchen angemeldet oder ähnliches, ja. Auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und einmal, weil leider keineswegs alle, die in der Institution Kirche sind, die sind auch Christen. Das ist nun mal nicht so. Und das weißt du. Weiter von entfernt. Das heißt, es gibt eine Überlappung von Christen, die außerdem in der Kirche sind, aber umgekehrt ist das keineswegs automatisch der Fall. Definitiv nicht. Und damit kommen wir zu diesem Sendschreiben. Da sagt Jesus nämlich, ich kenne deine Taten. Jetzt denkt man sich, okay, heißt das normalerweise die guten Taten, die in den Sendschreiben erwähnt werden. Und dann kommt die Kritik. Dass du, sagt Jesus, weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du nur kalt oder heiß wärst. Und sich beim Lesen denken, Moment mal, ich dachte wir Christen, wir sollen heiß sein, aber Jesus sagt, nee, ich finde es gut, wenn du entweder kalt wärst oder heiß, aber doch nicht lauwarm. Ja, nicht lauwarm. Jesus sagt, selbst kalt wäre mir lieber als lauwarm. Aber dieses Wischiwaschi, dass du willst, dass andere Leute dich als Christen anerkennen, obwohl du keiner bist, das geht mir noch viel, 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 viel mehr gegen den Strich. Ich formuliere es jetzt mal flapsig, als wenn du einfach gar nicht christlich wärst. Jetzt sagt Jesus weiter, so aber, weil du lau bist, weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspucken aus meinem Mund. Hart, oder? Absolutes Gerichtswort. Sagt Jesus weiter, du sagst, ich bin reich und ich habe Überfluss. Ja, wie die Christen in Laodicea. Unglaublich wohlhabend, ja. Wie in Zug, wie in Schwitz, wie in Pfaffingen, wie die Leute am Starnberger See. Unglaublich wohlhabend. Geld ohne Ende. Mehr, als man ausgeben kann. Ja, du sagst, ich bin reich, ich habe Überfluss. Mir mangelt es an nichts. Und, sagt Jesus weiter, du erkennst nicht. Du erkennst nicht. Du siehst es nicht. Dass in Wahrheit bist du elend und erbärmlich, ja. Das heißt, bei den Dingen, ja, elend, erbärmlich und arm, sagt er sogar. Bei den Dingen, bei denen es nicht drauf ankommt, sagst du, du hast viel davon, aber bei dem, worauf es drauf ankommt, wie Schätze im Himmel, hast du nichts, ja. Du bist elend, du bist erbärmlich, du bist arm und du bist blind und entblößt, ja. Das heißt, diese Christen oder diese Menschen in Laodicea, die belügen sich selbst. Starker Tobak, das tut weh, das zu lesen, ja. Und jetzt fragst du dich vielleicht, na gut, von welchen Werken, von welchen Taten ist da dann am Anfang die Rede, ja. Das könnte zum Beispiel sein, ist ja jetzt Interpretation, alle möglichen organisatorischen Treffen, Komitees, Ausschüsse, Kirchgemeinderatssitzungen, Pfadfinderfreizeiten, all sowas, aber kein Inhalt, zumindest kein christlicher Inhalt, ja. Nichts, was man nicht bei jeder guten, wohlmeinenden, weltlichen Organisation genauso und manchmal sogar noch besser erleben könnte, ja. Das heißt, das Motto ist nach dem Motto, wir machen Dinge, aber diese Dinge, die kannst du genauso gut als Nichtchrist unter Nichtchristen erleben. Das muss mit dem Christentum überhaupt nichts zu tun haben. Und das ist ja was, was viele hier auch kritisch angemahnt haben, wenn es um diakonischen Einsatz von großen Kirchen geht, weißt du? Der diakonische Einsatz von vielen großen Kirchen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der ist stark, weißt du, der ist stark in der Seelsorge, der hat eine große Auswirkung in der psychologischen Betreuung, in karitativen Anliegen, in kultureller Bildung, in der Erwachsenenbildung, vor allem, zumindest hier bei uns in Deutschland, in der Seniorenarbeit. Es ist wirklich ein großes Ding und das sollten wir auch alle ehrlich anerkennen. Das meine ich wirklich im Ernst, dass viele, viele große Kirchen, die machen das einfach gut und die sind für viele, viele Menschen seit Jahrzehnten eine tragende Säule. Die Frage ist nur, und das ist eine Frage, die gebietet die Ehrlichkeit auch, dass wir die stellen dürfen, ja. Die Frage ist aber, ob sie, die Kirchen, all diese Dinge machen sollten. Nochmal, bitte verstehe mich richtig, nicht, ob das grundsätzlich gemacht werden sollte, all dieser diakonische Einsatz, das ist es nicht, sondern, ob es Gemeinden und Kirchen sind, die sich das und vor allem das auf die Fahnen schreiben sollten. Weil die Frage ist doch, gibt es nicht andere, die das genauso gut können oder vielleicht sogar besser könnten? Und das ist der Punkt. Weißt du mal, angenommen, es gäbe etwas, dass die christliche Gemeinde, dass christliche Gemeinden und nur die christlichen Gemeinden könnten, wäre es dann nicht gut, sie würden das tun, wenn keine andere das kann? Was könnte das sein? Naja, also vielleicht zu sprechen über die Buße, vielleicht zu sprechen darüber, dass Jesus bald wiederkommt, dass es ein jüngstes Gericht gibt und dass jeder schuldige Mensch, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jeder, den ich kenne, dass der für immer in die Hölle verurteilt werden wird und dass es aber durch Jesus einen Ausweg aus der Hölle gibt. Weißt du, mal angenommen, das stimmt, was Jesus zu diesen Dingen sagt. Meinst du nicht, das wäre irgendwie wichtig? Und das ist der Punkt. Wenn das stimmt, was Jesus sagt, dann sollten wir alle Christen sein und wenn das nicht stimmt, dann sollte niemand Christ sein, auch du und ich nicht. Und so wichtig karitative Sachen sind, wenn das stimmt, dann ist das, das Evangelium, die wichtigste Nachricht der Welt und es gibt absolut nichts Wichtigeres, als Menschen Buße, Umkehr und das Evangelium zu predigen. Oder? Also rein logisch, ja? Wenn das wirklich so ist, ja, warum wollen wir als Kirchen dann hauptsächlich ein Seelsorgeverein sein, ja? Warum wollen wir dann den Fokus drauf setzen, den Menschen die wenigen Jahre im Diesseits irgendwie besser zu machen, wenn es darum geht, das Leben im Jenseits überhaupt erst möglich zu machen? Weißt du, natürlich im Idealfall beides, aber am Ende des Tages ist auch die Frage, was sind die Prioritäten, was ist der Fokus? Und wenn ich weiß, dass die 90-jährige Oma Winkelmann von nebenan im Wohnblock mit Corona, wenn ich weiß, dass die auf direktem Weg in die ewige Verdammnis ist und die echte, reale Hölle, wenn ich das weiß, womit tue ich ihr denn dann den größeren Gefallen? Einmal am Mittwoch zum Klaffeklatsch vorbeikommen? Oder aber ihr mit viel Liebe, Feingefühl und Ehrlichkeit das Evangelium zu predigen und ihr zu helfen, wiedergeboren zu werden und der Hölle zu entkommen? Also, rein logisch, ja? Verstehst du, was ich meine? Und ich glaube, die meisten werden mir hier zustimmen, weil das ist eine wichtige Erkenntnis, die den zwölf Aposteln sehr bald geschenkt wurde, als sie die gesamte Gemeinde zu einem Meeting, würden wir heute sagen, zusammengerufen haben, weil sie dann gesagt haben, Zitat, es kann nicht angehen, dass wir, die Apostel, Lebensmittel verteilen müssen, statt Gottes Botschaft zu verkünden, ja? Damit ist eindeutig klar, auch im Vers danach, Lebensmittel verteilen, das ist gut und das wurde dann auch weiter gemacht, aber es ist überhaupt gar kein Vergleich fürs Evangelisieren, dafür anderen Menschen von Jesus weiterzuerzählen. Und das Sendschreiben an Laodicea, das stellt diese Frage, sind wir überhaupt Christen? Ja, Jesus sieht diese Gemeinde in Laodicea als nackt, ja, als nackt, wie alles, womit sie meint, sich auszuzeichnen, im Grunde nackt und wertlos ist. Sind wir überhaupt Christen? Weil am Ende ist das ja wirklich die Frage, wenn jemand die entscheidenden neutestamentlichen Inhalte aus dem Fenster wirft, ist er dann noch Christ? Ja? Ist jemand noch Christ, sobald er ein Artikel aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis nach dem anderen rauswirft, ja? Ist jemand wirklich noch Christ, sobald er die biblischen Basics des Christentums leugnet, ja? Wie es im Hebräerbrief heißt, die Taufe, das Wirken Gottes, die Auferstehung von den Toten und das jüngste Gericht, wie es im Neuen Testament heißt. Jetzt denkst du vielleicht, hä, nein, natürlich ist dann jemand nicht Christ mehr. Naja, haben wir ja schon mal drüber gesprochen hier, ne? Sagt das nicht so einfach. Es gibt eine renommierte Studie, die kurz vor Corona gemacht wurde, vom zweitgrößten Marktforschungsinstitut der Welt, ja? Und die hat Folgendes zutage gebracht. Von sieben Menschen, die sich in Deutschland selbst als Christen bezeichnen, glaubt einer an das jüngste Gericht und die Hölle, ja? Einer. Von fünf Menschen in Deutschland, die sich selbst als Christen bezeichnen, ja? Denkt man die Leute in Laodicea. Von fünf glauben zwei an ein Leben nach dem Tod. Und mehr als einer von dreien, mehr als einer von dreien glaubt nicht, dass es überhaupt einen Gott gibt. Noch nicht mal, dass es der biblisch-christliche Gott ist, sondern dass es irgendeinen Gott gibt, ja? Also, frag dich mal selbst, was willst du dazu noch sagen? Auf welcher Grundlage bezeichnen manche von uns sich dann noch als Christen? Es tut mir leid, wenn ich so harsch bin. Die Sache ist, ganz grundsätzlich, Jesus sagt, folge mir nach. Und wir Christen, wir sind diese Nachfolger von Jesus. Das heißt, was Jesus sagt, ist für uns gültig und ist für uns bindend. Und deshalb geht es darum, wie du Nachfolge verstehen kannst. Und was ich hier auf Social Media gemeinsam mit dir erreichen möchte, ist, der wichtigsten Generation der Christenheit zu helfen, nämlich der nächsten Generation. Ich will ihnen helfen, Nachfolge zu verstehen, damit in unserer Wischiwaschi-Kultur die bibeltreuen Grundlagen glasklar bleiben. Ich will ihnen helfen, Nachfolge zu leben, das heißt, die biblische Botschaft zu übersetzen und auf biblischer Grundlage die Alltagsherausforderungen der nächsten Generation zu beantworten. Und ich will ihnen helfen, Nachfolge zu verteidigen. Vielleicht hast du es auch schon beobachtet. Die Lage, die ist angespannter geworden. Weißt du, dass bestimmte säkulare Zeitungen und Medien jedes Jahr die gleichen drei bibelfeindlichen Artikel rausbringen, daran haben wir als Christen uns irgendwie schmerzhaft gewöhnt. Aber mit welcher Schärfe und mit welcher Selbstverständlichkeit manche bibeltreue Christen die letzten zwei Jahre über angegangen und bibeltreue Gruppen diffamiert wurden und vor allem die Selbstverständlichkeit da drin, das haben viele von euch geschrieben und ich stimme euch zu, das ist kein gutes Vorzeichen. Was kannst du tun? Naja, ich will dir sagen, was ich tun will. Wenn Gott das will, werde ich nach unserer Hochzeit in diesem Frühsommer das neue Buch schreiben können, worum es im Christentum geht und worum nicht. Und wer die letzten Bücher kennt, der weiß, da steckt noch einiges mehr dahinter, weil immer eine Menge Begleitmaterial zur praktischen Umsetzung das veröffentliche ich zeitgleich mit. Aber so viel schon mal vorweg. Wenn die Spender-Community und tausendfachen Dank euch, wenn die so weiter wächst, wie das in diesem Jahr der Fall war, dann werden wir dieses neue Buch ebenfalls als E-Book und Hörbuch produzieren und alles kostenfrei tausendfach in Deutschland, Österreich und der Schweiz verschenken können. Und wie beim letzten Mal halte ich dich darüber in den Videos auf dem Laufenden. Drück gern diese schöne Glocke unter diesem Video, dann kriegst du das auch live mit. Und wie beim letzten Mal werde ich das Buch allen Leuten, die hier mitspenden oder mitgespendet haben, zuerst zur Verfügung stellen. Als kleines Dankeschön für all deine Mithilfe, das ist das Allermindeste. In jedem Fall tausend Dank für deine und eure Gebete. Was rät Jesus jetzt den Christen in Laodicea? In Kurzfassung, fang ganz neu an. Mach Tabula rasa, mach reinen Tisch, beginn komplett von vorn. Jesus sagt zu den Christen in Laodicea, ich rate dir, von mir, Jesus, Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, also tatsächlich reich. Ich rate dir, weiße Kleider zu kaufen, damit du dich bekleiden kannst und die Schande deiner Blöße, deiner Nacktheit nicht offenbar wird, damit du nicht mehr nackt bist. Und jetzt wird es natürlich ein bisschen ironisch, Jesus sagt, salbe deine Augen. Du erinnerst dich an die Augenklinik und an die Salben, die hergestellt werden in Laodicea, mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Die Christen in Laodicea dachten, wir haben die beste Augenklinik, wir haben die beste Augensalbe, wir können schon alles sehen. Jesus sagt, ihr könnt gar nichts, ihr seid blind und ihr benutzt die völlig falschen Sachen für Dinge, um die es gar nicht geht. Was würde Jesus den Menschen in deiner Stadt sagen? An die Christen in Laodicea sagt er weiter, alle, die ich lieb habe, die überführe und die züchtige ich. Das klingt hart, ne? Schreibt er weiter, so sei nun eifrig, also gib dir Mühe. Sei nicht so lauwarm, sei nicht wie so ein lauwarmer Schluck Wasser, sondern häng dich mal ein bisschen rein. Wirklich, zeig mal ein bisschen, zeig mal ein bisschen in Laodicea, ein bisschen Spannkraft. Sei eifrig und tu Buße. Da müssen wir anfangen, beim Urschleim, bei Adam und Eva. Es muss wirklich damit anfangen, dass du dir wirklich im Spiegel von Gottes Geboten einfach wirklich in den Spiegel schaust, dass du dir selbst in die Augen schaust und wirklich dich als das siehst, was Gott an dir sieht. Und wenn du nicht wiedergeboren bist und wenn du wirklich weißt, dass deine Sünden dir nicht vergeben worden sind, ja, und wenn du, by the way, wenn du nicht weißt, was wiedergeboren ist, dann bist du nicht wiedergeboren. Das ist einfach der Fall. Dann ist es einfach so, dass wir unsere Sünden mit uns durch den Tod mitnehmen und mit unseren Sünden eines Tages vor dem Thron Gottes stehen. Und das ist nicht sinnvoll. Tu das nicht, ja, sondern du brauchst jemanden, der in der Lage ist, dir deine Sünden wegzunehmen. Und das kann Jesus tun. Deswegen sagt er danach auch, siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an, ja, ich klopfe an. Wie Jesus anklopft, ja, das, das habe ich in einem eigenen Video zusammengefasst, wo es um das Thema geht, was nach dem Tod passiert, wie du Christ werden kannst, wie du wiedergeboren werden kannst. Das wird auf YouTube dir am Ende dieses Videos angezeigt. Du kannst auch gerne diese Glocke hier unter diesem Video drücken, dann wird dir das auch angezeigt. Aber die Offenbarung, das ist das einzige Buch der Bibel, in dem Jesus sich selbst schrittweise beschreibt, ja, in dem Jesus sich selbst charakterisiert und zwar Schritt für Schritt. Jesus beschreibt sich selbst in Offenbarung 2 als derjenige, der zwischen den Gemeinden, der zwischen und unter den Gruppen von Christen umhergeht, ja. Dann heißt es weiter, sagt Jesus, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, dann werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen. Also Gemeinschaft würde er haben und er mit mir, ja. Und deswegen ist wichtig zu verstehen, Jesus möchte gern in dein Herz kommen, ja. Der Punkt ist aber die Türklinke. Die Türklinke zu deinem Herzen, die ist innen, ja. Wie das bei vielen Wohnungs- und Haustüren ist, da ist die Türklinke nicht offen, sondern ist nur so ein Knubbel. Die kannst du entweder mit dem Schlüssel oder von innen öffnen, in dem Fall nur von innen, ja. Das gucken wir uns in einem der nächsten Videos an. Die Bibel redet nämlich davon, dass manche Menschen, die in der Hölle sind, die wollen dort sein, ja. Früher dachte ich immer, niemand, der in der Hölle ist, der will dort sein, aber so ist es nicht, sondern die Bibel hat eine ganz andere, eine viel klarere und teilweise auch viel härtere Darstellung von der Hölle als das, was wir uns, ja, umgangssprachlich manchmal in der Kultur einreden. Deswegen werden wir demnächst ja eine eigene Videoreihe über die Hölle machen. Drück gern diese Glocke, dann wird ja diese Videoreihe über die Hölle auch angezeigt, ja. Und das ist der Punkt, ja. Jesus sagt, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, dann werde ich zu ihm hineingehen und er wird das Mahl essen und ich mit ihm, ja. Ja, dann wird es Gemeinschaft geben. Aber wenn nicht, dann nicht. Ja, niemand wird dich gegen deinen Willen in den Himmel zwingen. Das ist auch was, was es wichtig ist zu begreifen. Es ist eine freiwillige Entscheidung. Möchtest du, dass Gott dir vollständige Gerechtigkeit widerfahren lässt für alles, was du in deinem Leben getan hast? Oder vielleicht lieber Gnade? Ich nehme Gnade. Ich hoffe, du auch. Und das ist ja auch das, worum es in der Jahreslosung geht. Jahreslosung ist ein Bibelferst, der ganz besonders ausgelost wurde, um über diesem Jahr zu stehen als Orientierung, als Leitspruch. Das Negative an dieser Jahreslosung für dieses Jahr, die Jahreslosung heißt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist etwas, was Jesus sagt. Das ist der Umkehrschluss. Wenn jemand nicht zu Jesus kommt, dann kann und wird Jesus den abweisen. Jesus wird niemanden zwingen, gegen seinen Willen, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Und darüber müssen wir sprechen. Darüber werden wir dieses Jahr auch in der Videoreihe über die Hölle intensiv sprechen. Das Positive dabei ist aber, und das ist ja auch das Fazit von diesen Sendschreiben. Es geht am Ende des Tages um Jesus und am Ende kommt alles auf Jesus zurück. Du kommst an Jesus nicht vorbei. Und nicht der Jesus der Gesellschaft, nicht der Jesus unserer Fantasie, nicht der Jesus unserer Emotionen oder Poesiealbumsprüche, sondern der echte, reale, historische Jesus, den du im Neuen Testament findest. Und wer zu dem kommen will, den wird er nicht abweisen. Egal, was du in deinem Leben verbockt hast, egal, was du getan hast, es gibt immer die Möglichkeit, deswegen steht das ja an so vielen Sendschreiben drin, Buße zu tun, Reue zu zeigen und wirklich und ehrlich umkehren zu wollen. Du musst es nur tun, Jesus ist da, klopft an die Tür deines Herzens und er wird dich mit offenen Armen umfangen. In dem Sinne, ganz herzlichen Dank für all deine Geduld. Danke, dass du jetzt hier dabei warst bei dieser Videoreihe über die sieben Sendschreiben. Es hat mir großen Spaß gemacht, das Ganze aufzufüllen. Ich danke ganz herzlich allen hinter den Kulissen, die dabei geholfen haben. Danke allen Spendern, die das ermöglicht haben. und wir sehen uns im nächsten Video. Danke für alles und ein frohes neues Jahr.